Hi, ich bin Feuerwehrmann Paul Ort. Und ich bin Feuerwehrmann Eckart Wischmeyer. Und das ist unser Florian Stuttgart 589.1. Notruffeuerwehr in Rettungsdienst Stuttgart, wo genau ist der Notfallort? Ja, okay. Bleiben Sie bitte ganz ruhig. Wenn ein Notruf in die Leitstelle reinkommt, wird das in den Einsatzleitrechner eingegeben. Das Stichwort steht, der Leitstellenmitarbeiter alarmiert uns auf der Feuerwache 5. Und dann geht man uns das Alarmlicht an und dann sind wir innerhalb zwei Minuten auf der Straße. Das heißt, wir müssen die Rutschstange runter, wir müssen unseren Helm, unsere Einsatzjacke mitnehmen, müssen die Alarmdepesche noch holen, um zu wissen, was sind die ersten Informationen und wo müssen wir überhaupt hin, weil wir nicht nur in Stuttgart tätig werden, sondern eigentlich für das ganze Land Baden-Württemberg, wenn wir dazu nachgefordert werden. Der Florian ist der Schutzpatron der Feuerwehr. Deswegen heißen alle Feuerwehrfahrzeuge mit Vornam Florian. Und die Zahlenbezeichnung der 589.1 ist 5 für die Feuerwache, 89 ist der Typ und 1 die Stückzahl. Also unser GRTW, unser Großraum-RTW entspricht dem Standardfahrgesteller eines Mercedes-Benz Titaro Stadtbusses und ist nach unseren Bedürfnissen innen ausgebaut. Wir haben auf der rechten Seite sieben Sitzplätze für leicht verletzte Personen. Auf der linken Seite zwei von fünf liegenden Plätzen, wo wir schwer verletzte Personen versorgen können. Mit einem Beatmungsgerät, mit einem EKG und Defibrillator, mit einem Perfusor, mit Sauerstoff und einer Absaugpumpe. In der Mitte befindet sich unser Intensivbett und gleichzeitig wird es auch als Schwerlasttrage genutzt, in der untersten Stufe bis 725 Kilo zu belasten. Die Gerätschaften sind die gleichen. Und dann haben wir hier hinten auch noch weitere zwei Plätze, wo wir Patienten liegen, transportieren können und die Gerätschaften genauso analog wie vorne. Hinten haben wir noch Material, wo wir Patienten weiterhin versorgen können. Von Medikamenten über unser Wärmepach, wo Infusionen drin sind, haben wir eigentlich alles, was das Herbst begehrt. Sauerstoffmasken, ein Kühlfach und natürlich auch Intubationsmaterial sowie unsere Medikamente. Es wird, sag ich mal, hauptsächlich im Mannfall, also im Massenanfall an Verletzten eingesetzt. Da kommen dann noch Rettungswege dazu, ein Notarzt kommt dazu und ein Löschfahrzeug der Wache 5, dass einfach Personal da ist, damit man drinnen die fünf verletzten Personen oder auch mehr versorgen kann adäquat. Wir müssen eine theoretische Ausbildung machen und werden intern praktisch geschult durch Ausbilder. Und dann übernimmt ein Fahrlehrer der SSB, also der Stuttgarter Straßenbahnbetriebe, nochmal die Ausbildung und überprüft und nimmt uns ab. Und wir müssen auch eine jährliche Fortbildung fahren mit diesem Fahrlehrer und der Schreutung wirklich in Straßen rein, wo der normale Busfahrer niemals reinfahren würde. Also man kommt mit diesem Bus nicht, weil jemand sich einen Finger geschnitten hat oder weil eine Katze auf dem Baum ist, sondern da, wenn dieses Fahrzeug kommt, dann ist richtig ein großer Einsatz, sei es ein Brand in einem Altersheim zum Beispiel oder eben dieser Massenanfall an Verletzten, wo man mindestens mit fünf Verletzten rechnen muss. Und die können von leicht bis sehr schwer verletzt sein und damit muss man halt rechnen. Das ist gut, das ist gut, das ist gut.